AGM Motors bietet mit dem Roller-Service-Mobil die Reparatur Ihres Rollers bei Ihnen zu Hause an. Egal wo Sie in Deutschland wohnen, unser geschultes Servicepersonal kommt direkt vor Ihre Haustür gefahren, analysiert gemeinsam mit Ihnen die Probleme und lädt Ihren Roller in die mobile Rollerwerkstatt. Nutzen Sie Ihre wertvolle Zeit, während unsere Kundendienstmonteure Ihren Roller reparieren. Durch unsere umfangreich ausgestatteten Roller-Service-Mobile sind alle passenden Ersatzteile und Spezialwerkzeuge immer schnell griffbereit. Am Ende der Reparatur wird Ihr Roller noch auf Funktionstüchtigkeit geprüft und dann an Sie übergeben. Nun können Sie das Rollerfahren wieder in vollem Ausmaß genießen. Das sind die AGM vor Ort Servicedienste auf einen Blick. AGM Untertitelung des ZDF, 2020